Wir sind hier im Russengarten mit der besten Aussicht auf die Stadt Bern, mit dem Münster und mit dem Berengraben hier unten, irgendwo. Und mit dem Gurten. Das Gurtenfestival hat nicht stattgefunden wegen Corona-Virus. Und hier haben wir noch den Widerland. Und hier ist der ganze Garten mit all den Blumen. Die Aussicht auf die Altstadt ist schon einmalig, mit der Aare. Hier sieht man die Aare schon in grüne Aare. Und das Münster. Und ja, das ist ein ganzes Widerland. Ich hoffe es hat euch gefahren. Das war's. Das war's.